Bevor das Video beginnt, lasst doch als erstes gerne erst mal ein Abo da. Wir zählen sehr gerne, um mich zu supporten, meine Maps. Für den allerbesten Practice einfach nur Reason eingehen oder die Map-Codes, die jetzt im Screen eingeblendet sind. Codes findet ihr auch nochmal unten in der Beschreibung. Trader-Code Reason7 im Item-Shop. Nicht vergessen und jetzt viel Spaß beim Video. Streufeuer69? Ja, ich hab ein Smurf gemacht. Ja, ja, alles gut. Welche Elo willst du denn spielen? Willst du erstmal irgendwie Low Elo oder direkt High Elo? Lass mal eine, lass mal eine Runde High Elo. Ich nehm einfach Leon. Warte, 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 welche Brawler sind grad krass. Leon. Okay, Leon ist grad krass. Ach so, aber nicht auf der Map seh ich grade. Äh, ist ja die Map. Ich schau mal, was du so im Angebot hast. Hör mal nicht alles durch. Alles außer das, was wir brauchen, natürlich top. Alles gut. Wir können ja mal einen Rang-30er-Push machen, das ist so gesehen High Elo. Ja. Ähm, ja dann ne... Ah, was hast du da in der Power 9? Ja, dann nimm mal Leon, würd ich sagen. Okay, okay. Kann man jetzt, kann man jetzt nix machen. Okay, ich frei die ab. Chef, danke für ein halbes Jahr. Okay. Oder Edgar wird auch noch gehen. Kann doch Edgar spielen, wie du willst. Ah, ich spiel einfach Leon Scherz. Okay, okay. Lass mich nur eben, dann nehm ich den hier. Ja. Oh, Verbindung getrennt. Ein anderes Gerät verbindet sich grade mit dem Spiel. Okay. Ah. Du musst vielleicht nochmal neu starten. Der Bruder, oder was? Ja, ja, mein Bruder, glaub ich. Der hat irgendwie, glaub ich, Bock mit dir zu spielen und sitzt wahrscheinlich grade im Stream. Ja. Äh, warte. Nimm nochmal Leon, der hat auch direkt irgendwie Edgar eingeloggt, was du komisch halt gesagt hast. Bruder, hör mal bitte auf, einzuloggen. Danke. Ja, den ihn rein. Team Code League? Ja, ist ja eh zu. Okay. Chat, ist da auch so gut und so? Okay, was jetzt die Strat? Du carryst mich ja wieder? Oh, schon wieder? Alter, geil. Bruder, hör doch auf, du Hund! Oh. Ist er drin? Oder will ich jetzt sehen? Ich bin da. Ja. Oh ja, ich bin tot. Ja, okay. Er ist low. Oh, wir müssen raus, wir müssen raus, wir müssen campen. Okay. Das ist jetzt direkt high, Elon, was du Bescheid weißt. Okay, okay. Hier werden keine halben Sachen gemacht. Genau. Also im Endeffekt können wir uns jetzt alles killen, weil wir null Cubes haben. Ja. Oh, oh, der fickt mich. Ich bin tot. Ja, nicht schlimm. Oh, das sieht schon wieder nach einem Team aus, oder nicht? Äh, nee. Team nicht. Ich glaube, wir wollen mit uns Team. Ich bin circa in vier Sekunden. Ja. Das schaffe ich gerade noch so. Und da? Ja. Fehl den? Ja. Moine Spiel. Nice. Nice. Ich bin... Moine, ich bin Moine. Ich muss shell nicht. Ich bin 800 HP. Ja. Und jetzt gehen das, gehen das. Nice. Und lauf weg, wenn du kannst. Irgendwie weg. Oder bleib da stehen. Geh da hoch. Sechs Sekunden. Ja. Ich versuche zu chillen nachher. Ja. Fein. Wenn du jetzt ziemlich fackst, oder? Äh, ich habe Bado-Buds. Guck mir den. Pfff. Okay. Bin da. Ich schieß mal rein. Ich schieß mal rein. Ja. Mach mal. Ich habe fünf Cubes, ne? Ja, bleib hier stehen. Ich habe Vision Gadget. Oh. Der hat mir einen fetten Hit gegeben. Ich muss Respekt haben. Ja. Wir können hier chillen. Wir können hier chillen. Ja. Dann schieß mal ein bisschen einfach auf die. Ja. Ja. Mach mal. Äh. Lass ich nicht stunnen von dem Dinosaurier. Ja. 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 Mach ich nicht. Lass die Shred dagegen. Äh. Ja. Ich kann was machen. Es hätte schwer zu erklären. Ja. Okay. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ist nicht gut. Wo sind die? Oben rechts. Sie fighten. Oben rechts in der Mitte. Okay. Ich versuche Top 2 zu kommen. Ich lass die nochmal respawnen. Dann bin ich nur 3 Minuten. Ah. Tot. Äh. Ich dachte da steht. War das ein Bug? Hä? Wann stand bei dir, wann du respawnst? Vier Sekunden. Vier Sekunden. Ich glaube das wird bei mir falsch angezeigt. Komisch. Egal. Ähm. Ja. Ich glaube. Ich geh erstmal nochmal ein bisschen lower. Und dann spielen wir uns erstmal ein bisschen ein. Fahren ein paar Trophäen. Und dann wird die Elo automatisch höher. Passt dann. Ja das passt. Was ist das? Oh. Chad war ich Arsch? Nein. Das war. War nicht schlecht. Also. Okay. Okay. Du spielst ja einen Browler der nicht gut auf der Map ist. Ja welchen kann ich spielen? Ja ich würde. Ich denke das Edgar besser ist. Also du hast. Okay ich spiel Edgar. Du hast nicht wirklich einen Browler der gut hier ist. Aber wenn dann Edgar. Was soll ich denn hier? Jo ist dein Edgar? 760. Ist 760 sehr gut? Mh. Nee. Gar nicht. Okay. War es schon richtig gut? Äh. Richtig. Ja richtig gut. Ich würde sagen so. Ja Rang 35. Also 1250. Ja. Okay. Okay. Ich hab mir 900 Bits nicht auf. Tudu. Okay Edgar. Ich muss einfach auf Leute jumpen ne? Ja genau. Achso und wir gehen nicht in die Mitte. Weil wir haben keine Vision. Das ist schon erstmal so. Dass wir mal außen gehen. Übrigens ich habe gesehen in einem Brawl Stars Video. Das ging ja richtig viral ne? Ja das ging richtig ab. Ja. Geisteskrank. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja aber richtig. Okay. Einfach so ein Stream hochgeladen. Ohne Edit. Ja vor allem auf nem neuen Kanal. Das war das Rasse. Ja eben. Und dann irgendwie 150.000 aufgefunden. Das ist heftig. Okay. Was ist jetzt die Strats? Wir chillen erstmal? Oder machen wir was? Ja ich bin ja auf den. Und jetzt killst du den. Genau. Ah bin ich. Was? Jetzt geh ich Invis. Versuch den hier zu killen den Edgar. Was ist das denn? Weil ich in dem Karton bin. Dann sehen die Gegner mich nicht. Achso. Ja. Ja wie krass. Oh. Oh. Ja du bist tot. Oh ich bin. Ich war stunned. Hä? Ja ja das ist. Der kann nicht stunnen. Das ist sein Gadget. Das grüne. Das grüne Button. Die Fähigkeit. Ja. Jeder Bro hat so eine eigene Fähigkeit. Aber das weißt du ja glaube ich. Ja ja ja. Ja. Bin wieder da? Genau. Ähm. Ja. Ich spring jetzt gleich auf dich drauf. Ja. Ich kann auf dich drauf springen. Und dann springst du in die Gegner rein. Okay. Okay okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich call's ja nicht. Ja okay. Ist das ein neuer Brolin du hast? Äh ja. Der ist relativ neuer. Ich wollte gerade sagen. Ich hab ihn noch nie gesehen. Ich geh mal den Edgar hier. Okay. Er spring da mal rein. Oh er hat mich entzündet. Aber du hast ihn auch. Oh der ist ja. Oh. Oh nein. Nein. Egal. Aber aber. Aber aber. Ja erst mal ein bisschen warm spielen. Das wird schon. Ja ja. Ich spiel da mal am Handy. Aber das Spiel macht mich so aggressiv. Also es kriegt mich so aggressiv wie Fortnite. Ich mein's ernst. Das ist nicht normal. So ein Blüm? Ja ja. Komplett. Ich hatte letztes Mal. Also. Ich dachte es ist nur ein High-Head oder so. Aber. Ich hab auch so. Ich weiß nicht. Ich glaube es war sogar Leon gespielt. Und ich wurde einfach zerteamt. Also komplett. Auf wie viel Trophäen war das? Äh. 900. Ja es geht schon mittlerweile auf 700 los. Also wirklich casual ist das schon. Ja das fuckt richtig ab. Ja. Wir sind halt auch nicht gebannen für. Ne. Soja was machen wir eigentlich. Ach unsere. Unsere Kombo ist so schlecht ne. Ist so schlecht wie die Map. Aber das Gute ist. In 14 Minuten wechselt die Map. Dann können wir was anderes spielen. Wieso wechselt die in 14 Minuten? Also. Ja. Jeden Tag wechselt einmal die Map. Ach ja stimmt. Oh my god. Tim one. Ja alles gut. Die sind beides Nahkämpfer. Ja. Können versuchen die zu killen. Ja schwer gerade. Ja. Ich kann auf den Typen rausjumpen maybe. Aber warte mal. Das ist nicht gut. Der killt dich sofort. Versuch den irgendwie zu Outrange ein bisschen. Ja. Ja. Soll ich rausjumpen? Äh. Ja jetzt zu spät. Aber eben hättest du draufjumpen können. Wenn ich die gut hätte dann kannst du rauf springen. Okay. Fuck. Hier auf den auf den auf den auf den. Richtig gut. Richtig gut. Schlag. 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 Ich bin 3 HP. Das ist ungefähr. Oh nein. Oh let's go. Showdown. Ich bin 2 HP. Schade. Schade. 2 HP. Stabil. Stabil. Kriegt man 1 HP. Platz 2 immer Plus? Äh. Ja. Genau. Ach so. Okay. Auf dem dritten Platz ungefähr. Plus minus 0. Und auf dem zweiten Platz Plus. Okay. Okay wenn ich... Ja stimmt. Ich hätt das drin einfach. Ich hätt Gadget drücken sollen. Na stimmt. Dann hätt ich endste wieder gehabt. Ja, aber muss ja auch erst noch reinkommen. Ich meine, du gehst jetzt von der Elo, da gehörst du halt eigentlich noch gar nicht hin, ne? Und dafür machst du es schon echt gut. Danke, danke, danke. Okay. Außerdem noch eine Kiste, ich guck mal oben. Mach du mal die mit auf. Ja. Oben ist keine. Ist Angelo immer noch so OP, wie der letztes Mal war? Ich hab ihn die ganze Zeit gespielt, so auf Handy immer. Äh, ja. Angelo, der wurde auch nicht genervt, der macht immer noch so viel damit. Ja. Ja. Okay. Oh. Genau, also wenn ich auf den Dorfjumpe, dann kannst du einfach hinterherjumpen und die dann killen, weil die dann nichts machen können. Ja. Oh oh. Ja, lass mal hier links rum. Ja. Kann gerade nicht viel machen gegen die. Ja, da gibt es gute Shots und du bist auch aggressiv. Äh, du kannst gleich eventuell reinspringen. Ja. Und ready? Ja, okay. Die gehen weg, die gehen weg. Ja, die gehen weg. Wir haben da echt keine Dings, ne? Ja. Ich bin auf der Map echt doof, weil da brauchst du eigentlich gewisse Brawler. Oh, die haben wir nicht verfügbar. Die pushen so. Wir fighten an der anderen Seite. Ja, versuch ein bisschen hier zu bleiben. Ja. Bring auf die Piper. Komm. Ja. Von da. Ja. Nice. Ich mach wieder. Ich mach wieder. Ja. Mach kurz hinterher. Slow. Ja, das auch. Let's go. Nice, nice, nice. Habe ich das falsche Gadget? Ähm, weiß nicht. Ich hab Schild Gadget. Ich hab Schild Gadget. Ja, das falsch, das falsch. Ja. Würde ich das andere nehmen. Okay, Top 3 schonmal ist gut. Ja. Oh, in uns drin. Dad. Ich jump mal auf den. Ja, das... Ja, okay. Keine Ahnung. Die Fresse gehauen. Nice. Oh, hier. Komm, komm, komm. Ich hab... Sch, 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 sch. Ja, ja. Ja, schade. Ja, alles gut. Versuch wegzulaufen, dass ich respawne. Okay, ja, kannst jetzt rein. Kannst jetzt rein. Ja, sind eh zwei da. Kannst rein, also. Nein, fahrt kurz aufsicht. Oh. Jo, das hängt's over. Ja, killt er dich? Ich bin poisoned. Ja, ich bin poisoned. Ja, du kannst auch runden. Ja, okay. Ah, ich bin tot. Kein Problem. Ähm. Ja, aber rollt man schon. Erste Pust für Fin. Ja, back to back, back to back. Ist okay. Ja, auf jeden Fall das andere Gadget, weil mit dem anderen Gadget zum Beispiel kannst du instat deinen Ultifin und dann hättest du auch mir helfen können. Ja, ja. Ja, true. Warte, ich muss noch was. Das hier Chat, oder? Ja, das ist das. Okay, wir werden wieder. Achso, du kannst bei OBS übrigens einstellen, weil ich sehe das gerade bei dir, dass du, dass man den Mauszeiger nicht sieht. Ich weiß nicht, ob das für dich relevant ist. Ja, scheiß drauf. Ja, okay. Gut. Ähm. Falsche Star Power scheinbar. Guck mal, was du hast. Ah, ja, oder auch die andere. Äh. Die ist richtig, ne? Ähm. Ich sehe das gerade nicht. Also die, wo du mehr heilst beim Attacken. Müsste dabei stehen. Ja. Das ist die, glaube ich, oder? Und welche Star Power? Die heiles Chaos. Ja, hier. Ähm. Star Power nimmst du die rechte, genau. Ich gucke gerade deinen Stream. Und bei Ausrüstung würde ich dir noch empfehlen, guck mal, ob der... Ah, ne. Hast du nicht. Alles gut. Okay. Ja, dann. Okay, ready. Wir machen nochmal Heilo jetzt. Wir machen nochmal Heilo jetzt. Wieder mit Edgar? Wieder mit Edgar, ja. Okay, okay, okay. Oh. Hm, hm, hm. Das Finale vom Cup Chat, ich wund 54, Sabro. Keine Earnings, oder? Ne, keine Earnings, leider. Okay, das war auch noch. Tipp. Fallen wir in die Mitte? Äh, ja. Ich habe ja so ein Vision-Ding hier. Ja, ja. Jetzt siehst du die... Oh, ich bin tot. Ja, schade. Kein Problem. Nice. Ja. Ich habe leider die Cubes nicht bekommen. Ja, gut, das sieht auch aus. Äh. Oh. 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 Und dafür Respaue ich noch? Ja. Wie bitte? Ne, es war eine Sekunde. Fuck. Ja, alles gut. Könnt nochmal machen. Wie gesagt, die Map switcht gleich eh. Also in 8 Minuten. Ja. Das ist sowieso keine gute Map für Du. Shout out, muss man echt sagen. Du hast deine Lieblings-Map, so? Lennart am 5. Ja, so offene... Ne, gar nicht mal offene Maps. So... Maps mit wenig Büschen und vielen Ecken. Also mit vielen Wänden. Sowas mag ich sehr gerne. Ja, ja. Okay. Boring. Und da sind dann auch so Angelo und so besser wahrscheinlich, ne? Ja, Angelo eher auf offenen Maps. Aber auf so eckigen Maps kannst du dann auch Werfer spielen, ne? Dass dann... Mit Werfern bockt's halt übel. Ja, stimmt. Weil das hier ist so... Na ja. Das geht so. Okay. Noch close range. Lass mal gucken, ob wir hier was holen können. Ja. Soll ich auch mal auf den gehen? Ne. Äh... Ja. Den kennen kannst. Oh. Wir können hier einen Pick machen. Einfach mal. Ja. Ah, er geht. Er geht. Er geht. Er geht. Ich kann hier hinterher gehen, Spike. Ja, okay. Ich bin hier hinterher. Oh, das... Das war jetzt nicht so gut. Unlucky Timing. Ja, die Putschen jetzt. Ja. Ja gut, dann muss ich rausgehen. Aber bei. Und wir ficken sich gegenseitig. Du? Oh mein Gott. Wie unlucky. Ja, guck mal nach rechts, guck mal nach rechts. Gut. Ich geh nochmal mit Gadget rein, dass wir ein bisschen Sicht haben. Die Tarot Ulti, pass auf, die kann ich ranziehen. Ja. Ist das so geil. Okay, nochmal raus. Ich hab eine super. Komm mal mit in die Mitte hier. Ja. Ja, mit dir. Ja, lauf einfach irgendwo rein. Man weiß nicht, wo die sind. Die haben versterben. Lähen wir nach links. Ja, okay. Ami. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Weißt du schon, wohin sie switcht? Ne, ich schau mal eben. Aber wobei, mein Chat weiß das auch. Chat, welche Map kommt daraus? Könnt ihr das einmal reinschreiben? Boah. Verlust dein Gadget am Anfang Gadget. Soll ich ins mal Gadgeten? Jo, jo. Safe. Prima. Achso. Oh, ich glaub es kommt eine noch schlechtere Map. Ja, geil. Oh, geil. Was hat's gut an? Richtig. Richtig gut. Ja, dann lass mal außen die Kisten holen. Ja. Können wir hier nix machen Gad. Schau mal auf, hol die Kiste oben. Guck mal nach unten, ob da auch noch eine Kiste ist für uns. Ja, mach ich. Okay, gut. Wir haben schon drei. Oh, wir haben nochmal zwei. Jeder schreibt in meinen Chat gerade, ich bin crawled oder so. Okay. Chat, wie ich bin crawled. Was heißt das? Weil ich anscheinend qualifiziert bin. Das heißt, du musst gleich Faulern spielen oder was? Ich weiß nicht. Irgendwie, Leute schreiben, dass die Cheater gebannt wurden. Ah ja Chat, es wurden schon mal schnell 20 Cheater gebannt oder was? Also, ich bin nicht 37, sei ihr Idioten. Ah okay, das ist eine Shelly. Da können wir nicht heulen. Da können wir nicht heulen, die versuchen zu baden. Ach. Und wenn ich jetzt meinen Fortnite starte und ich nicht crawled bin, banne ich jeden einzelnen von euch. Die Lügen, die Treuen, Fake, ist Fake, glaubt nicht, Fake. Ja, also. Ja, unten ist auch noch jemand, nur dass du Bescheid weißt. Also, der fuckt ja richtig ab vor uns. Ja, ja, der provoziert richtig, ne? Ja, ja. Oh, die Shelly, die kommt aus dem Bosch. Ja, die counten auf uns beide. Mal aufpassen. Oh, die fickt und Trumpet. Oh. Ich bin weg. Ja. Okay, ich hab nicht mal... Wir verteilen uns mal ein bisschen. Ich bin unten links. Ich bin unten links. Unten rechts sind Gegner, unten rechts sind Gegner. Ja, die fickt mich, ich bin tot. Was für Loser, Digga! Wir können mal versuchen, das rechte Team hier zu killen. Ja, ich respawn in 10. Damit wir 2 da werden. Ja. Ah, die werden grad gekillt. Ja, ist gut. Das ist richtig gut. Ist so unmöglich, oder? Aber egal, wir haben 2... Ja, ne, ja. Ja, der Typ haut mich ja so um. Ja, ja. Die haben 15 Cubes. Ja, die haben 15 Cubes. Ja. 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 Das Ding ist, auf so einer Map kannst du auch nicht carryen, weil diese Map ist viel zu viel RNG. Ja, ich merk schon. Naja. Die ist irgendwie übel komisch. Naja. Ja. Ja. Guck mal nach unten. Die ist so groß irgendwie, oder nicht? Ne, die sind alle gleich groß, die Maps. Bei manchen wirkt das nur so, dass die ein bisschen größer sind. Weil hier hast du zum Beispiel außen auch viel Platz und auf anderen Maps hast du außen dann viele Büsche und so, wo du da nicht hinläufst. Dann wirkt die kleiner. Ja. Ich hab mich angewächst. Nice. Ich muss hier raus und sterbe ich. Du bist im Ranger, also versuch die immer ein bisschen zurückzudrängen, dass wir nicht die ganze Zeit weglaufen müssen. Ja. Versuch immer ein bisschen gegenzuhalten. Genau so. Perfekt. Low. Relativ. Ja. Ich hab gleich Ultien, können wir rein, wenn du willst. Ja, ich lad mal kurz auf dann. Ja. Ja. Wobei die sind weg. Genau. Noch ein kleiner Tipp. Waste nicht immer alle deine drei Outer-Attacks. Ja. Damit du zum Beispiel, wenn dich irgendwas überrascht oder so, irgendwer in dich reinläuft, dich stunn will, was auch immer, ein Tank kommt, dass du dann immer ein paar Schüsse hast. So wie jetzt. Ich kill den eben, alles gut. Oh. Okay, ich bin tot. Ja, kann nichts machen. Na gut, bis auf. Keine Chance. Oh, was ist das ja richtig scheiße, die Maps. Ich komme ganz kurz raus. Ja, aber die ist jetzt weg. Die ist jetzt weg zum Glück. Die ist jetzt weg zum Glück. Aber du könntest hier jetzt auch 1v9 oder das? Ja, mit Mordes weiß ich nicht, aber an sich schon, ja. Ja, doch. Safe, ja. Oh ja, der ist gut. Aber ist hier Angelo zum SP besser oder Dings? Der zum Beispiel. Der Map jetzt? Ja. Kein Sniper. Du musst da auch raus, ne? Weil du bist gleich tot. Ja, stimmt. Ja, du bist tot, ne? Ja, du bist tot, ne? Ja, du bist tot. Ja gut, ich rotier mal. Okay, ich spiel nie wieder diesen Scheißhund. Ich stehe auf der Map-Ticker. Ja, also. Aber ich sag dir, nächstes Mal, da werden wir grinden, Junge. Ja, ja. Wenn wir zwei Sniper haben, dann machen wir alles kaputt. Oh, oh mein Gott. Ja, alles gut. Ist der neu, der Eagle da? Welcher Eagle? Welcher Eagle? Also, dieser Vogel. Den hab ich noch nie gesehen. Die ficken mich ja hier wie eine Eins. Äh, ich weiß nicht, wie du mit Vogel meinst. Ich glaub, du mein Bow, ne? Ja. Achso. Der ist nicht nur, ne? Den gibt's schon sehr lange. Hä? Den hab ich noch nie gesehen? Den krieg ich noch mal da jetzt mal rein. Geh mal die Shelly da, das war super. Ja, würde ich nicht, würde ich treffen, wenn wir es haben. Du bist tot. 1. 1. 1. Ja, mit Mortis kann ich die ganze Zeit immer so rumdashen. Ja. Lass ich mal respawnen, heal kurz. Geh, lauf mal vor. Ja, danke. Ja, oder? E7 bin wieder tot. Nein, also das ist krass. Ich spiel. Ja, gut. Ja, alles gut. Ich spiel Edgar. Ich spiel Edgar. Ja, ich spiel bei Edgar, genau. Obwohl, Edgar hat ja zu viele Trophäen. 760 ist eigentlich auch relativ simpel, aber eigentlich sollte es gehen. Ja, warte. Ich spiel Leon, ich spiel Leon einfach. Oder warte mal. Spike, wie viel hat Spike? Kann ich Spike spielen? Oder ist Spike scheiße? Ne, Spike auch nicht gut. Also, wenn, also auf dem Account hast du nur Edgar. Ich meine, andere Brawler werden viel besser, aber die hast du auf dem Account leider nicht. Das ist das Problem. Danke GHG, dann gehört den vierten Bauch. Mal kurz, ob ich im Worst Case noch niedriger gehe mit den Trophäen. Aber, ich glaube. Also 500 kann ich auch noch anbieten. Ja, vielleicht müssen wir gleich auch 500 nachmachen. Die Map ist halt echt scheiße. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich hab die Bock wirklich nicht. Ja, komm am besten. Ja, die kannst du aufmachen, genau. Du hast direkt dein Gadget. Ja. Dass du im Worst Case halt raus springen kannst. Wäre super. Ich hol die Kiste auch noch, ich bin greedy. Genau. Soll ich auf den da hinten mal jumpen und ihn ficken? Ich mach's einfach mal. Ja, okay. Ein AP. Ja, hab den gefinisht. Okay. Lauf du mal vor, lauf du mal vor. Okay. Ich benutze dich so als menschliches Schutzschild. Oh, hier war er. Ja, komm. Ja. Oh, der ist weg. Aber ich kann auf ihn gehen. Oh, fuck. Da sind zwei. Ja, da gehen wir lieber aus. Ja, ja. Den kriegen wir nicht. Oh, das ist... Ich komm mal einfach zu dir, glaub ich. Wollen wir auf den jumpen, hier vorne? Ne, auf den Bull nicht. Der war schon natürlich. Oh, da oben sind noch zwei Kisten. Das ist huge. Na, den fickst du mal. Nice. Jump, mach jetzt weg. Gib mal ein Gutschat uns mal wieder. Ja, die haben zwei Kisten. Ja, müssen wir wahrscheinlich raus. Ist die Runde winnable? Ja, safe. Wir haben sechs Groups, 100%. Okay. Können die ein bisschen chillen. Die können die nicht rumschießen. Ja. Kannst du mir helfen, die Runde? Ja, ich kann auf den... Ich jump mal auf die. Ja, mach was. Ich geh ein bisschen raus. Nice, good shit. Nice. Ich bin grad ein bisschen gefickt. Ich bin tot. Oh, nein. Oh, schwer. Nein. Egal, ich hab zwei. Ich bin mein Plus per Curle. Ja. Na ja, soll ich noch niedriger gehen? Oder... Ah, ich glaub, das können wir gewinnen. Ich glaub, das können wir gewinnen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Gut, dann bleib ich auf Mods. Vielleicht hätt ich nicht reingehen sollen. Vielleicht, du als... Ich weiß nicht. Ja, mit Mods hast du halt viele Counter. Zum Beispiel hier Shelly. Kannst du mit Mods nicht reingehen, leider. Ja. Aber ich hab leider auf dem Account nicht so viele Broder hoch. Ja. Okay, geht auch. Und Gadget immer nicht vergessen, ne? Da ist die Lokomotive ja wieder. Ja. Sehr schön. Anders auch lau, er hat mich gestunt. Und ich bin wieder tot. Was? 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 10 Sekunden. Ah, das... Das haben wir. Denk ich. Ich weiß nicht, wen der noch als Mate hat, der Spike. Keine Ahnung. Weil er respawnt gerade. Okay, die können wir killen, ne? Ja. Ich hab... Ich hab ein Gadget. Ja, jetzt nicht. Die sind weggelaufen. Da sind die. Lieber nicht. Ja, ja. Lieber nicht. Warte, bis sie mehr mittig sind. Ich chill hier einfach mal. Ja. Geh sie mal eben. Lassack. Soll ich auf den Jappen? Ja. Das ist ein easy kill, ja. Ja, das ist ein Hardcounter für uns beide. Ja, ja. Oh mein Gott, ich hab geintet. Ich hab ganz doll geintet. Ich mach mal menschliche Schutz. Schild. Oh nice. Crap. Ich bin auswählen nicht reingejumpt einfach. Nice. Boah, du kannst überleben. Oder mach dein Ding. Was? 10. 8 Sekunden. Ja. Oh mein Gott, der erste Wind. Vielleicht. Das hier erstmal respawn. Ja. Bin da. Jetzt krieg ich ein menschliches Schutzschild. Ja, ja. Einfach rein. Einfach rein. Und dann rein. Okay, warte. Äh, lädt auf. Ich bin, ich geh... Warte. Ich pack, ich kann nicht rein. Ich kann nicht rein. Ja, alles gut. Ja, super. Ja. Du hast... Oha. Ja. So. Stark. Das war meine Runde. Good job. Good job. Good job, good job. Okay. Los euch, winnable. Jura, danke für ein halbes Jahr. Toll. Ja. Ich denke, die ist so aktuell perfekt für dich. Äh. Ein einziges Win. Ja, lang war's her. Ja, ehrlich. Du kannst die Kiste da aufmachen. Ich rotier direkt raus. Direkt erst mal. Direkt erst mal. Hier ist auch ne Kiste. Ja. Aufmachen. Kann Kisten nicht so gut aufmachen, leider. Direkt ein Doppelkill. Was? Ich hol mir einfach nur Kisten. Ja, das ist perfekt. Genau das erwart ich von mir. Ich kann auf den Jumpen. Ich mach mal einfach. Ich mach mal ein Confident Play. Ja, das ist sehr motiviert. Boah, das war richtig schlecht. Das war richtig schlecht. Nice. Ich muss vorsichtig sein, Raj. Okay. Ja, ähm. Kein Problem. Ich hab ja 8 Cubes. Ja. Dahinten ist noch ne Chest. Soll ich mal für die gehen? Ja. Na gut, können wir jetzt nicht mehr. Boring. Kannst dein Gadget auf jeden Fall drücken. Da hast du Shady? Ja. Kannst da rein springen, eigentlich. In die Mitte. Okay. Ich bin tot wie da, alles gut. Ja, ich hab den einmal rausgepackt. Der andere countert mich leider. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Kannst die Kiste gleich wiederholen. Dann kannst gleich wieder rein springen. Okay. Das ist an sich gut. Dann wär ich stärker. Wir farmen die dann bitte. Oh. Ach, Digga. Ich hab mir an der Nase. in der Nase gekratzt, Digga. Da kann ich schon wieder ausrasten. Aber ich mach's mal nicht. Ich hab deine Rages mal letztens gesehen. Ja, sind schon unangenehm teilweise. Ja, jetzt ist schon das gut, das gut. Aber mittlerweile family friendly. Echt? Ja, ja. Ja, so Vorbildfunktionen und so, ne? Ich glaub, ich könnte niemals in meinem Leben family friendly sein. Echt? Das ist unmöglich. Das geht einfach nicht. Ich wär zu sauer. Ja, also. Irgendwann wird da irgendwas fliegen. Ja. Meine Zuschauer finden's auch schade, dass ich nicht mehr rage. Ich hab das vorher mehr gefühlt. Streams. Was willst du machen? Wirst du chillen oder soll ich in die Reihen? Äh, ne? Nur wenn du auf den landest. Nur dann spring. Okay, okay. Okay, wegen dem Ex. Ich mach mal. Ja. Ich hab ihn relativ low und ich bin wieder tot. Ey, das ist richtig geil. Ja, hab einen. Alles gut. Ja, ist gar nicht mal so schlecht. Weil dadurch werd ich immer stärker. Hätt ich mir eben nicht an der Nase gekratzt, hätten wir das auch gewonnen. Ne, geile, machen wir jetzt nochmal. Alter, das war ein Freakl für dich. Ja. Und Gadget? Ey, Primo. Kannst da links rein springen. Okay. Boah, ich hab sie echt laut gemacht. Nice. So. Alter, das menschliche Schutzschild klappt? Ja, wirklich. Ja, wirklich. Du gehst immer rein. Ich finish die einfach und dann top. Weil die sind durch dich so abgelenkt. Das ist schon einfach leichter Spiele. Ja. Ich hab ult direkt wieder. Ich hab ult direkt wieder. Ah, ich hab ult. Soll ich rein? Ja. Ja. Hä? Was hat das? Äh, der kann nicht werfen. Das war sein Gadget. Okay, ich drück wieder. Ich kill den mal kurz. Oh. Ich hol mir den letzten. Achso. Ja, Entschuldigung. Dann hab ich zu spät. GG. Ich mach mal eine Runde wieder. Okay, jetzt, jetzt no wins. Wir machen mit 3er Winstreak jetzt. Okay, 3er Winstreak. Ab geht's. Demnächst würd ich irgendwann noch Offline gehen, weil Müdigkeit kickt ein bisschen gerade bei mir. Okay, easy. Ja, dann lass die 3er Winstreak jetzt machen und dann ist es done. Lutschi, ich bin gleich rauf weg dann. Also ich komm dann gleich lutschi. Okay. Spielst du so andere Games oder chillst du dann einfach mehr? Ja, so aktuell mach ich halt nur Brawl Stars Ding so, ne? Ja. Ja, aber wenn ich am Chillen bin, ja, Homescapes spiel ich aktuell. Was hast denn? Ne Handy Game. Aha. Ähm, ansonsten, früher hab ich noch viel Fortnite gespielt. Müssen ja raus. Bring raus. Ja, ich komm weg. Ich glaub jetzt lieber. Ja, die Mitte glaub ich auch. Ah, ich bin fein. So, jetzt ist meine Ult fast aufgeladen. Soll ich dann Gadgeten? Ne, dann nicht. Wenn du eh fast aufgeladen hast, dann brauchst du nicht. Ja, die killen uns, können wir nix machen wegen die. Soll ich nicht in die rein? Ja doch, mach. Naja, gut. Boah, die haben uns gefickt. Heilige Scheiße. Okay, lass noch einen Win machen und dann gehen wir beide. Ne, wir machen jetzt so lang, bis 3er Wins Freak abgeht. Okay. 5. Ja, also früher hab ich ganz viel freizeitmäßig StarCraft 2 gespielt. Ja. Kennst du das? Das ist so Age of Empires-mäßig so ein Strategiespiel. Ja, ja. Auch mal Valorant oder so? Ähm, ne. Valorant war noch gar nicht draußen, wo ich so jugendlich war. Mäßig weißer. Okay, okay. Ein bisschen älter. Wie alt bist du denn? Ja, 25. Äh! Was sagst du denn? So. Und 21? Nee. Hast du Kinder? Ja, 2. Was?! Ja. Und verheiratet bin ich auch, Bro. Du verarschst mich. Quatsch, ey. Ich dachte gerade. Wie random das auch war. Ich dachte vor allen Dingen, weil es so random war. Das waren wir. Das sind uns ja da. Soll ich mal? Aber ne, die One-Shot hat mich da unten. Oh, Alter. Ja, nicht wenn du nah dran bist. Aber die hat Ulti. Können wir wegschwingen. Ich jump einfach mal auf die. Okay. Oh, ja. 5 HP. Da kommt die Kiste auf mich zu gelaufen. Ja, die Schatztor kannst du killen auf jeden Fall. Aha. Ja, passt da. Oh, da kommt jemand anderes. Kommt noch ein Edgar aus dem Busch. Oh, oh. Ja, ich bin schlecht in dem Game. Schade. So, jetzt reicht's. Ich will jetzt, ich will jetzt ein Schlitzer Brawler. Und dann machen wir diese drei Winstreak. Also jetzt werde ich sauer. Soll ich immer noch weiter Edgar spielen? Ähm. Ja, eigentlich schon, denke ich. Mhm. Also, wem auch immer der Kauen gehört, deinem Bruder, äh. Also, wie kann man denn Frank auf Level 11 machen? Ja, Frank ist Arsch, oder? Ja, aber wirklich. Der macht Frank Level 11 und pusht ihn auf 570 Trophäen. Aber egal. Ähm. Ja, ich würd sagen... Ach komm, Big Challenge, nimm Piper. Sicher? Ja, nimm Piper jetzt. Okay, jetzt machst du ja recht. Ich geh... Ja, ich mach jetzt hier... Oder soll ich mal El Primo einfach nehmen? Nein, wir machen jetzt die schlechtmöglichste Combo. Ja. Und wir machen trotzdem drei Winstreak. Okay, dann nehmen wir nochmal Angelo. Ja, weil hier, Leon geht auch. Ja, kannst du auch... Angelo? Ja, obwohl ich nehm Leon, ich nehm Leon, ich nehm Leon. Ja, Leon geht auch. Aber dann vielleicht ein bisschen low. Ich weiß nicht, ob 6 nur zu low ist. Ob das dann zu einfach ist. Aber egal. Komm. Hello. Das wird mir einfacher, desto besser. Ja, jetzt wird geschwitzt. Komm. Okay, okay. Freier Winstreak. No excuses. Wer ist das, den du da jetzt hast? Das ist... Das ist ein Werfer. Okay, kann so werfen. Ah, die sind OP auf deinem Map, ne? Wegen der Mission. Nee, null. Nee? Nee, nee. Also das ist richtig schlechte Kombo. Aber... Äh... Hab irgendwie Bock drauf jetzt. Okay. Und du sagst, damit holen wir die Winstreak? Ja. Okay. Ich geh mal wieder für noch ne Chest. Einfach. Ja, ich cover dich ein bisschen hier. Äh... Erstmal die Büsche abchecken. Ja. Aber full focus jetzt hier. Nicht dumm sterben. Alright. Sind alle außen. Können eigentlich in der Mitte chillen. Ja. Warten bis einer kommt und dann... Ah, hier. Alter, der ist ja richtig dumm. Ja. Down. Down. Okay. Also ich kann auch so coole Walls machen. Ich zeig dir das einmal. Ja. Kann ich einmal so ne Wall machen. Dann kann ich hier so zumachen. Dann können wir nicht durchlaufen. Ah. Ja, ja. Ist das dein Old? Ja, ja. Mit dem Gadget kann ich die wieder rückgängig machen die Wand. Dann hab ich direkt ne neue. Ich geh mal ein bisschen... Ja. Die ficken sich da. Machen wir hier oben zu. Ja. Bei Poilhüte. Ja, warte. Ich bin hinter dir. So. Ich glaube ich töte den mal. Ich geh unsichtbar und töte ihn. Ja, hilf dir mal. Ich bin hier trapped. Hab ihn. Let's go. Und da? Das ist richtig. Sehr stark. Das ist so. 2v1? Ja. Ich weiß nicht wo die ist. Check die Büsche. Check die Büsche. Check die Büsche. Alter. Ja. 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 One-Shot. Sehr stark. Sehr stark. Sehr stark. Davius. Leon ist wirklich mein Liebling, glaube ich. Ja? Ja, ja. Leon, finde ich, macht so Spaß. Ne, ich denke. Ja, okay. Fair enough. Aber ich denke, Piper und so, Sniper werden dir wahrscheinlich noch mehr Spaß machen. Ja, ja. Und bessere Naps. Ja, hundertprozentig. Die macht richtig, also Angelo und so. Rockt auch richtig krass. Ja, ja. Weil die Map muss man wirklich sagen, die hat jetzt schon mies abgeturnt vom Game. Ja. Warte, ich hole mal die Close Chests hier oben kurz. Ja, ist mutig. Aber mach mal. Ich komme mal. Ja, ja. Slow, dead. Ja, ich bin leider down. Geh mal links in den Busch. Und warte da einfach. Nicht einsammeln. Nicht einsammeln. Du brauchst einfach bis ich respawnen, dann krieg ich dann auch. Ja. Okay. Ja. So. Jetzt rotieren wir ein bisschen nach unten. Ja, kommen wir hier. Bischof auf jeden Fall abchecken. Alles gut. Versuchen wir das mal aus der Mitte da ein bisschen raus drängen, weil wir die Mitte haben wollen. No way. Ja, wir haben einen Pulse gegen ihn. Ich fick den mal hier gerade ein bisschen. Nice. Geh zurück. Hab meinen down. Nice. Ja, ich muss ein bisschen chillen gerade mal. Ja, ja. Alles gut. Alles gut. Ich kann meine Ult haben. Marvin. Ich geh für die Cubes. Ja, pass auf. Oh, der ist. I made it close. I made it close. Jetzt bin ich tot. Wow, das ist so ein scheiß Timing. Oh oh. Ja. Ja. Nein. Bruder. Also ich glaub wir sitzen hier bis 4 Uhr morgens. Nee, komm jetzt. Ich hab auch. Okay, mach ready. Das ist auch ein Lucky, Mann. Ja, das war... Aber du hättest den sehen können, ne? Also... Du bist da reingelaufen, da hab ich den schon 3 Sekunden gesehen, dass der respawn ist, ne? Ja, ja. Also da musst du ein bisschen... Da erscheint dann so eine weiße Bubble. Das ist der respawn. Ja, ja, ja. Aber der ist beim... Naja? Vielleicht war ich auch halt blind in dem Moment. Ja. Der fällt mich. Ich geh mal ein bisschen zurück. Ja. Soll ich mal für den Coin, soll ich mal dafür greeden? Ja. Abhin. Ja, stimmt. Slow, relativ, hinter mir. Wow, ich bin low. Low as fuck. Ja, kein Problem. Muss passieren. Alter, fuck der ab. Haha, aber wirklich. Okay, links kommen welche. Ich geh mal ein bisschen raus, ja. Oha, das sieht scheiß aus. Sieht auch schlecht aus. Bin am Leben, glaube ich. Ah, ich bin down. Ja. Okay. Chill ein bisschen. Die werden grad echt gefickt vor mir, ne? Ja. Wenn ich respawn, dann könnte ich die vielleicht holen. Nice, haben wir einen? Ja, versuch ich. Bin für den Suicide gegangen. Nice. Sehr stark. Nein. Warte kurz. Den sammeln, dann bist du noch nicht auf. Ja, die kommen, doch. Ich muss einfach nicht auf. Ja. Ja, die kommen, doch. Ja. Die kommen, doch. Ich muss einfach nicht auf. Ja. Let's go. Oha, ich bin tot. Und da hat alle Cubes, Digga. Ja. 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 Wir spielen so lange auf 1000 bis wir einen Win haben. Pff. Das ist so, oder? Okay, ja. Welchen soll ich spielen? Leon einfach oder Edgar? Ähm. Ich hab gute Frage, ich glaub Edgar ist besser dann. Ja. Okay. Ja, Chad, was sagt ihr? Ihr seht ja meine Broder. Chad ist 1000 über möglich. nicht. 1000 wurden wir doch eben tot zerteamt oder? Äh ja. Ne das war 1250. Das war nochmal gut höher. Also möglich ist es auf jeden Fall. Ich könnte ja Angelo nehmen überlege ich gerade. Ich glaube, ja ne zu viele Wände. Vielleicht kann ich Leon nehmen. Ich nehm Leon oder? Er soll Bowen mit Star Wars spielen. Hat er nicht, Chat. Er hat äh ja. Komplett am Müll-Account. Ganz schlechte Brawler, Max. Ich denke, komm ich probier's mal mit Surge. Keine Ahnung, ob das klappt, aber wie hohes es wird. Aber Surge ist auf jeden Fall mein bester Brawler, nur der ist halt leider durch auf dem Map. Ach Digga. Was sagst du? Wie viele Versuche brauchen wir für einen Win? 20. 20? Was realistisch sagst du? Ich sag wir brauchen vier Versuche. Beim vierten schaffen wir es, sag ich. Na ja. Ich brauch's gar nicht. Schüss Gadget. Unten die Kiste hier? Ja. Hier direkt der Nächste? Ja. Ich bin irgendwie, what the fuck? Da. Oder ist hier manch? Ich kann auf den Jump, ne? Ich jump mal. Das war glaube ich richtig gesellt. Ich hab den Cube geklaut, ich hab den Cube geklaut. Bin tot. Ja, ich auch. Ach du Scheiße, das wird so schwer. Ah, schade. Hätte ich eine Jump noch rausbekommen, aber... Ja, gut. War aber ein Missplay von mir, muss ja ich sagen. Da muss ich besser carry'n. Das war nicht gut. Egal, das war Warm-Up. Ja, er hat so am Runde. Vierter gewinnen, wie hast du gesagt. Ja. Ja, das ist auch Winnebill. Auf jeden Fall. Schaut schlecht aus. Nimm die Kiste mit. Mach direkt hier links dann auf. Mach alle auf, mach. Ja. Ja. Die sind doch unsichtbar in nem Sandstorm. Ja. Ich hab mit meiner Old grade. Oh fuck. Ich brauch irgendwie ein paar Hits, dann kann ich das schon carry'n. Ja, zwei Hits hab' ich schon mal, ist sehr gut. Ich kann auf die jump'n, maybe, oder? Ich mach mein... Oh fuck. Macht leider damage, der Sandstorm. Unlucky. Ich chill hier kurz im Busch, oder? Ja. Ah, schade, ey. Immer im zwei. Oh, ich hab auch schon geultet. Huh. Gadget direkt. Ja. Ja, jetzt wird's hart. Jetzt hab' ich keine Cubes mehr, auch kein Level. Oh. Soll ich mal auf den jump'n? Äh, kannst du oben hochjump'n eigentlich? Ja. Ich hol' mir die Cubes. Ist mir egal. Hab' mir die Cubes geklaut? Du hast welche? Hab' auch welche. Oh, let's go. Wir gewinnen das. Wir gewinnen das. Okay. Was soll ich machen? Nicht sterben. Das ist alles. Aha. Komm zu dir. Ja. Fuck, ich sterbe. Nein. Ich bin grad am Campen. Ich mach mal das Schutzschild für dich. Ja, danke für die Hilfe auch, Provocator. Achso. Oh. Ne, fand ich nicht. Super. Alles gut. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Äh, äh, spring' gleich. Oh, oh. Erstmal das Ding kaputt machen. Ja. Ja, spring' auf irgendwas drauf und kill' irgendwas. Okay, ich spring' auf die. Ja. Hab' ein. Hab' ein bisschen lauer gemacht. Besser. Hammer. Hammer nicht, bin schlecht. Springst das nicht, bitte. Ja doch, Hammer. Hammer nicht. Ich schaff's nicht. Der ist stark. Oh. 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 Let's go. Hä, warum ging das hier zu schnell? Das ging echt schnell. Was ist das denn? Lass' versuchen einen Back-to-Back-Try. Ja, okay, komm. Dann gehen wir einen Back-to-Back-Try an. Also, ich muss aber, äh, gestehen, du hast carried, ne? Also, das war all you. Ha. Ich spring' einfach auf jeden drauf, dann klappt das schon irgendwie. Ja, ich weiß nicht, was du da oben gemacht hast, aber war gut. Ich hab' Cubes geklaut die ganze Zeit. Hier. Nice. Ja. Ich nehm' mal die Chest hier, auch wenn's risky ist. Okay. Hab' direkt Level 2, das ist super. Geh' raus, geh' raus, geh' raus, geh' raus. Jo, bin raus, mal raus, mal raus. Oh, die. Ja. Oh, ja, die haben mich defekt. Ich bin am Leben. Ja. Nice. Oh, Angelo. Intense. Ja, egal, GG. Scheiß auf. Willst du mal einen Win, oder scheiß auf? Ja, komm, ein Win noch, ein Win noch. Einen Win machen wir noch. Ja, gut. Einen Win. Ja, dann. Jetzt habt ihr morgen die Schule? Ne, jetzt sind grad Ferien. Ferien? Ach so. Viele haben Ferien, nicht jeder. Ja. Ja, gut. Das Mitte, guter Start, ja, oder? Ja. Kannst du das da ändern, dann? Gadget nicht vergessen. Ja. Oh, ey, das ist so mies, dass die immer aus diesen Büschen rauskommen, ne? Ich frag' kurz auf das. Ja. Ich glaub' die killen nicht gleich. Ja, die wollten. Ja. Eine Sekunde, mein Mikro ist rausgeflogen. Ja, ich bin tot. Also, die haben wirklich kein Leben. Ah, der hat mal ein Mikrofonos runtergefallen. Gib mir kurz ne Sekunde. Ja, ist gut. Dann habt ihr schon wieder Schule? Ja. Ja, ja, ja. Ne, ne, ne. Morgen, Donnerstag. Ich will nicht grad was gleich essen. Oh, ich hab' noch nen Dürim. Oh. Der wird gleich so reingezogen. Oh. Chat, wie sind die Evil Cup Finals? Wer hat erste Runde in Evaluation Cup Finals gewonnen? True Legs? Daher. Ja. Mhm. Geht's. So, ich guck mal kurz wieviel Minus wir gemacht haben. Ja. Ja, wir haben ungefähr 90 Pokale verloren. Das geht sogar. Ich dachte es wär'n mehr gewesen. Also, das ist gar nicht so schlimm, wie ich erwartet hätte. Was wär' sehr schlimm? Ja, so 200 wär' schon krass gewesen. Ja, das hat er auch reingeknallt. 200. Aber als E-Meins war der Korn, dann interessiert mich das nicht so. You can't make me! Äh. Nein, Tricks. Okay, fokus nochmal. Richtig epische Runde zum Abschluss. Ja. Soll ich direkt für die zwei Kisten da gehen, die wir gesehen haben? Ja, ja. Safe. Okay. Ich drück, wenn's hier noch wertet. Genau. Okay, hab' ich. Willst du da was machen? Äh, ja, ich brauch' mein Level. Kann ich irgendwie, maybe, die menschliche Schutzschild machen? Hm, ich denk' nicht. Ich denk' nicht. Ich denk' nicht. Ja, ich bleib' hier erstmal stehen. Ja. Muss halt irgendwann mal in eine Super kommen. Oh, da geht's ab. Oh, fuck. Nein, das war aus Versehen. Ach, ich hab' missklickt. Ach, Digga. Ich hab' aussehen, äh. Ja. Falschen Button. Kein Problem. Sah interessant aus. Hätt' ja vielleicht was werden können. The Gadget? Entschuldi. Nee, nee. Alter. Oh, da, da kannst du auch springen. Ja. Nein, Mann. Der hat zehn Cubes. Okay. Nice. Das war, glaub' ich, gut. Der hat elf Cubes. Ich schau' mir, ne? Dann sag' ich schon ganz chilling. Ja, ich glaub' Platz zwei wird's auf jeden Fall. Ja, Platz zwei. Oh. Ich jump' einfach auf den. Ja. Der ist relativ low. Nice. Nice. Ist das winnable? Ja. Ja, ist winnable. Okay, ich bin in drei Sekunden zurück. Pass auf. Boah, sehr stark. Sehr, sehr stark. G fucking G's. Nice. G's. Ey, das hat sehr Spaß gemacht, Bro. Das müssen wir auf jeden Fall wieder öfter machen. Ja. Äh, auf jeden Fall bessere Map. Ja, die Map fahr' ich dich arsch. Ja. Cy